Was hab ich gemacht? Die sind alle tot! Unser vorrangiges Ziel ist es, das Pathogen zu ermitteln. Es verändert ihn. In was? Die Leute, die das Virus entwickelt haben, wollen uns verändern. Im Moment denke ich, das Virus ist nicht unser größtes Produkt. Keine Ahnung, was wir wollen, ich bin! Das ewige Leben. Es geht aus dem Bach runter. Wir wollen nicht alle umbringen, nur die Erde etwas ausdünnen. Er hatte diesen Ausdruck in den Augen. Es war nicht menschlich. Ich werde die Kontrolle über die Situation verlochen. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017